Und wo sie sind. Maria aus Österreich, Helmut in Wien, so in der Art. Ganz direkt kommunizieren. Und wenn sie gut angekommen sind im Wasser mit den Delfinen, dann lade ich sie ein, fragen sie den Delfinen oder die Delfine, die da sind, welche Botschaft sie für sie jetzt, in diesem Moment, in ihrem Leben haben. Was ist gerade wirklich wichtig für sie? Vielleicht sehen sie da ganz klare Bilder, oder ist es ein Gefühl? Oder wo habt ihr? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020